Wie geht es dir nach dem Kampf? Wie soll es mir nach diesem Kampf gehen? Ich hatte den Kampf schon in der Tasche. Alle haben es gesehen. Maggot hat geblutet wie ein kleines Ferkel. Der Sieg war mein. Ich hätte hier jetzt ins Halbfinale einziehen sollen. Ich hätte hier ins Halbfinale einziehen sollen. Aber Heisenberg, du konntest wieder mal. Du konntest wieder mal deine Finger nicht aus dem Spiel lassen. Aber lass dir eins gesagt sein. Jetzt ist hier Schluss mit Lustig. Jetzt reden wir hier nicht mehr über Zutrittsverweigerung zur Wrestling Academy. Ab hier ist es zwischen uns beiden richtig persönlich. Also Vincent, schnall dich warm an.